Hallo Leute, ich bin's wieder Irene und heute mache ich endlich das Zuschauer-Anruf-Video. Ich fange gleich mit der ersten Person an und zwar, ich hoffe ich spreche deinen Namen richtig aus, und zwar Naemi. Ich rufe dich mal an, mal schauen, ich hoffe du gehst dran. Oh mein Gott, das ist so exciting. Hallo? Hallo, ich bin Amy. Wie geht's dir? Gut. Weißt du, wer ich bin? Ja, Irene. Oh, schade. Ja, was ich dir eigentlich sagen wollte ist, dass ich sehr, sehr dankbar bin für all deine Unterstützung. Ich sehe immer deine Kommentare und ich freue mich mega, immer deine Kommentare zu hören, äh, zu lesen. Bitte, das mache ich doch gerne. Dankeschön. Aus welcher Stadt kommst du eigentlich? In der Nähe von Stuttgart, also in Baden-Nang wohne ich. Ah, okay. Okidoki, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Und danke nochmal für deine Unterstützung. Bitte, bitte. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. So, erste Zuschauerin angerufen. That was exciting. Jetzt rufen wir auch schon die zweite an. Und guck ich mal. Ihr hattet ja bis 12 Uhr Zeit, mir eure Nummern zu schicken. Wollen wir mal gucken, wer das gemacht hat. Okay, die zweite heißt Almina. I'm not good with names. Okay. Okay. Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich da bitte? Irene? Ja. Nein. Oh Mann, wieso erkennt ihr alle meine Stimme? Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch mit deinen 5.000 Abonnenten. Danke schön. Danke, danke, danke. Ich mag dich echt voll. Ich bin ein Lieder. Oh, danke schön. Danke für deine ganze Unterstützung. Und auch danke, dass du mir deine Nummer gesendet hast. Und, ähm, ja. Kein Ding. Oh, ich hatte mich voll gefreut, dass ich das so gelesen habe. Es freut mich, dass ich anderen eine Freude bereiten kann. Oh, so cute. Richtig lieb. Aber wieso erkennt ihr alle meine Stimme? Like, ah, ah. Die dritte wollen wir jetzt mal anrufen. Und, ähm, sie heißt Fa, mit Doppel-A. Ich weiß aber nicht, ob das ihr richtiger Name ist. Ich hoffe jetzt, dass sie nicht meine Stimme erkennt. Vielleicht verstelle sie mal. Vielleicht bringt sie auch was. Hallo? Hallo? Mit wem spreche ich da bitte? Ähm, wer bist du? Mit wem spreche ich da bitte? Sie hat aufgelegt. Ich rühre sie gleich nochmal an. Oh nein, jetzt geht sie nicht mehr ran. Hallo? Ja? Ich bin's, Irene. Was? Ja, du hast aufgelegt. Oh mein Gott, ich hab mich schon geholfen. Nein. Doch. Oh mein Gott, es ist mir leid. Nein, kein Problem. Viele rufen mich unter Privatnummer an und ich hab' ich gedacht, oh mein Gott, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Nein, ich hätte wahrscheinlich auch aufgelegt, wenn jemand mir so blöd gekommen wär. Kein Problem. Dankeschön, dass du mich angerufen hast. Gerne doch. Dachtest du dir, jemand will dich verarschen? Ja. Ich soll dir von meiner zwei Schwestern und von vielen Dritten mir sagen, dass du die beste YouTuberin bist. Oh, dankeschön. Und ja, ich finde dich auch voll nett. Und du bist auch voll die gute YouTuberin und ich bin grad voll aufgeregt. Danke, danke, danke für deine Unterstützung und auch danke an deine Schwestern. Oh, die war ja richtig süß. Aber ich muss echt dazu sagen, wenn mir jemand so gekommen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch aufgelegt. Deswegen, kein Problem. Melanie rufen wir jetzt an. Willkommen. Die ist leider nicht rangegangen. Okay, dann rufen wir jetzt Princess an. Und sie hat mir so eine süße Nachricht geschrieben. Sie schreibt, hey, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch zu 5000 Abonnenten. Verfolge dich schon seit Day One. Und das ist einfach mega schön, dir bei der Entwicklung zuzuschauen. Oh mein Gott. Vielleicht hast du Lust, mich anzurufen. Ja, mache ich jetzt auf jeden Fall. Hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Wer ist da? Ach, es ist da. Oh Mann. Warum rufst du privat an? Wer bin ich? Es ist da nicht Esra. Nein. Rate. Wer ist das? Hm. Hast du in letzter Zeit vielleicht jemanden deine Nummer geschenkt? Auf Facebook? Nee, nicht, dass ich wüsste. Sicher? Ist das? Auch nicht am Montag? Okay. Nein. Oh mein Gott. Oh, schön, dass du auch noch... Das freut mich wirklich. Ich will nochmal herzlichen Glückwunsch zu 5000 Abonnenten. Dankeschön. Danke, dass du mich so toll unterstützt. Gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ne? Dankeschön, dir auch. Danke schön. Und ich will einfach mal wieder drehen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, ich wurde nicht erkannt. Dankeschön nochmal an alle, die mir Nummern geschickt haben und so einen süßen Text dazu geschrieben haben. Ich habe mir wirklich alles durchgelesen. Auch wenn ihr jetzt gleich denkt, oh, sie lässt sich da sowieso nicht durch. Doch, ich habe sie durchgelesen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön für mich auch zu sehen, dass ich anscheinend etwas richtig mache. Geil. Dann rufen wir erst mal die nächste an und zwar heißt sie Miriam. Hallo. Hallo. Ja. Weißt du, wer ich bin? Nein. Irene. Oh mein Gott. Oh, Mira. Ja, finde ich auch. Die waren ja mega knuffig. So, jetzt rufen wir Person Nummer, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt angerufen habe, um ehrlich zu sein. Aber egal. Hallo. Hallo, wer ist da? Äh, hier ist Irene. Wie geht's dir? Hallo. Ja, hallo, wie geht's dir? Äh, gut. Und wer ist da? Irene ist hier. Hä? Irene. Ich wollte dir herzlichen Glückwunsch sagen, dass du uns als Abonnenten bist. Dankeschön. Du hast es toll verdient. Dankeschön. Freut mich mega, sowas zu hören. Hallo, das ist die Miriam von Charlotte. Hallo Charlotte, ich bin's Irene. Ich wollte anrufen und dich überraschen und mich natürlich auch noch mal dafür bedanken, dass du mich so doll supportest. Aber leider bist du nicht da. Naja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ja, tschüss. Tschüss. Ach, Mann. Vielleicht freut sie sich trotzdem, wenn sie das hört auf ihrer Mailbox. Sie hat mir auch so eine mega süße Nachricht auf Facebook hinterlassen und mir viel Glück gewünscht. Und ja, Dankeschön, Charlotte. Nur leider bist du nicht da. Nun wird Fadila angerufen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Let's see if she picks up. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Oh, ähm, ich bin Fadi. Wie geht's dir? Gut. Das freut mich. Hallo? Ja. Ja, genau. Oh mein Gott. Hallo? Bist du noch da? Du brauchst dich nicht schämen. Ja. Oh, ich war voll schüchtern. Nach einer Weile weiß ich selber nicht, was ich sagen soll. Weil das Ganze für mich auch neu ist. Und ich kann es sowieso nicht glauben, dass Leute sich freuen, dass ich sie anrufe. Weil, ja, I'm just a regular girl like you. Or a regular person like you. Und die nächste ist Vadia. You know, I'm just a cute, so y'all don't get upset that all the names are pronounced wrong. Ich rufe nochmal an bei Precious. Hallo? Hallo? Ja. Oh mein Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Kein Problem, ich hätte wahrscheinlich... Kein Problem. Ich hätte wahrscheinlich auch aufgelegt, wenn jemand mir so doof kommen würde. Ja, nein, nein, nein. Oh, das war überhaupt nicht doof. Nein, aber ich werde auch... Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Oh, voll cool, dass du mich anrufst. Freut mich, dass es dir eine Freude macht. Geht's dir sonst gut? Ich rufe mich voll. Ich rufe mich voll. Ja, mir geht's gut. Und dir? Mir auch, danke. Und Dankeschön. Das freut mich mega, dass du mich supportest und meine Videos dir gefallen. Ja, ich feier einfach den Humor so hart. Oh mein Gott, du bist so lustig. Dankeschön. Ich will dir ganz kurz ein Kompliment machen. Dieses Video, was afrikanische Tanten immer sagen oder machen. Oh mein Gott, das trifft einfach so voll auf meine zu. Das stimmt, ne? Jede Tante, wenn man bei mir anruft, fragt, wo ist Mama? Ja, weiß ich nicht. Arbeit oder keine Ahnung, wo sie ist. Und dann macht sie mich fertig, dass ich das nicht weiß. Wow. Oh mein Gott. Ey, diese... Das stimmt so sehr. Oder wenn die sauer sind. Ja. Oh Gott, ey, das waren echt Situationen aus meinem Leben. Ich geh gar nicht mehr ans Telefon. Glaubst du mir? Ich geh nicht mehr ans Haustelefon. Tschüss. Tschüss. Sie war nicht schüchtern. Leute, also es wird bestimmt ein nächstes Zuschauer-Video geben. Also Zuschauer-Anruf-Video. Keine Ahnung, wie ich das noch nenne. Aber feel free to talk to me. Also, ich bin da nicht so auf... Ich möchte jetzt nicht... Versteht ihr, wie ich das meine? Feel free to talk to me. I love y'all. Okay, rufen wir jetzt die nächste Person an. Und die nächste Person werde ich von... Instagram wählen, weil es gab auch ein paar Leute, die kein Facebook hatten. Und die haben mir dann einfach die Nummer auf Instagram geschickt. Okay, die nächste Person heißt auf Instagram x-dunkelgrau-x. Und sie rufe ich jetzt an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo, spreche ich da mit Frau Dunkelgrau? Hier ist Irene. Und ich wollte gerne mit Ihnen reden. Aber sie sind nicht da. Mann. Nein, Spaß. Dankeschön für deine ganze Unterstützung. Und dass du mir auch immer so, keine Ahnung, meine Bilder kommentierst. Und... Oh, jetzt klingelt das Telefon bei mir. Aber ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ich wollte nur 100 Mal Danke sagen. Und ja, tschüss. Mann. Das Telefon hätte aber auch nicht zu einem ungünstigeren Zeitpunkt klingeln können, wa? Okay, die nächste Person, die wir anrufen, ist Jenny. Und sie ist richtig süß. Sie kommentiert sehr oft, sodass ich sogar sehe, dass sie immer meine Videos guckt und so. Deswegen freut es mich besonders, sie anzurufen. Wollen wir mal hoffen, dass sie auch rangeht. Hallo? Hallo. Wer ist da? Jennifer. Wie geht's dir, Jennifer? Gut. Weißt du, wer ich bin? Ja. Wer denn? Irene. Ah, okay, dann hast du meine Stimme doch erkannt. Die hat mir ja einen Megatext geballert. Sie ist ja richtig süß. Hi Irene, alles Gute zum 5000 Abonnenten auf YouTube. Du hast es so mega krass verdient und ich gönne dir den Erfolg so mega. Du bist einfach die coolste und lustigste Person, die ich kenne. Immer wenn ich irgendwie traurig bin oder mein Tag einfach mies war, gucke ich mir deine Videos an und fange sofort wieder an zu lachen. Weil du einfach eine so unendliche Lebensfreude übermittelst und das schätzen wir Fans an dir. Oh. Ich hoffe, du machst weiterhin so coole und lustige Videos, damit ich wieder was habe, das mich aufmuntern kann, falls der Tag mal nicht so gut gelaufen ist. Meine Nummer und ich würde mich mega krass freuen, wenn du mich anrufst. Ich habe dich unendlich lieb. Oh. Oh. Sie rufe ich auf jeden Fall an. Hallo, hier ist... Oh. Oh. Jetzt rufen wir it's untenstrich Lucy an und sie hat mir auch einen mega süßen Text hinterlassen. That's my number, so call me maybe. Oh. That's my number. Call me maybe. Ich würde mich so unfassbar krass freuen, wenn du mich anrufst. Ich gucke deine Videos meistens mit meiner Schwester zusammen und glaub mir, unsere Mutter ist schon öfters in unser Zimmer gekommen und hat uns gefragt, ob sie nicht einen Arzt anrufen soll, weil wir nur am Lachen sind. Oh. Wie cute. Alles im einen, ich möchte dir nur sagen, dass ich dich echt bewundere. Deine Art, wie du deine Fans und natürlich auch mich zum Lachen bringst, ist einfach Bombe. Ich bin dir so unfassbar dankbar dafür, dass du mich wieder aufmunterst, wenn es mir schlecht geht und dafür, dass du mir zeigst, dass jeder Mensch, so wie er ist, auf seine eigene Art und Weise etwas Besonderes ist. Dafür wollte ich dir einfach nur mal Danke sagen. Oh mein Gott, voll süß. PS, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von Schule. Nur für den Fall, dass du mich anrufen solltest. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, voll die süße Nachricht. Dich rufe ich auf jeden Fall an. Ihr Gesprächskonfer ist zur Zeit leider nicht erreicht. Hallo Lucy, hier ist Irene und ich habe mir deine Instagram-Nachricht durchgelesen, die ich mega süß fand. Schade, dass ich nicht mit dir reden kann, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem über diese Nachricht. Danke, danke, danke für deinen Support und deine Nachrichten und dann wünsche ich dir noch einen megaschönen Tag. Tschüss. Wir rufen jetzt Ivan an. Hallo. Hallo, spreche ich mit Ivan? Oh mein Gott. Hast du dich erkannt? Ja, wirklich? Ja. Hättest du nicht gedacht, dass ich dich anrufe, oder? Nein, echt nicht. Meine Freundin haben wir auch nicht so geglaubt, dass das alles so wird. Ja, dann kannst du denen sagen, ha, I told you, she gone call. Oh mein Gott, das ist so cool. Darf ich meine Freundin grüßen? Ja, natürlich. Warte. So, jetzt. Okay, also ich grüße Franklina, Ruizia, Rizia, Jasmin, Glodi und alle anderen aus der Afrika. Oh, wie süß. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und sag dein Freundin, ha, I told you. Okay, tschüss. Tschüss. Okay, als nächstes rufen wir Whitney.Maria an. Ich hoffe, dass sie auch angehen wird, weil ich mit Menschen reden möchte. Bitte geh ran. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann auf keinen Stärken. Freut mich, dass es dich freut. Ja, zuts auf alle Fälle. Kommst du irgendwann mal nach Köln? Ich hoffe. Bestimmt. Ja, ich hoffe. Aber wenn ich kommen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall ankündigen und dann, ja, kann man ein Meetup oder sowas machen. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Ja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ciao. Bitteschön. Danke. Tschüss. Die letzte Person, die wir anrufen, ist Marilyn oder Lilly. Hallo. Hallo. Hallo, Irene. Oh, du hast mich ja gleich erkannt. Ja, das erkennt man doch voll. Nein, es gibt welche, die haben mich nicht erkannt. Also ich habe dich erkannt. Danke schön, dass du mich so supportest. Bitteschön. Das ist Paragina. Oh, danke schön. Okay, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke. Danke. Ja, wieso sage ich danke? Okay, tschüss. Tschüss. Ich dachte, sie sagt ja auch. Dann wollte ich danke sagen, aber nein. Okay. Okay, Leute. Das war es mit dem Fancall-Video oder Zuschauer-Anruf-Video. Es hat mega Spaß gemacht, mit euch zu reden. An alle, die ich leider nicht anrufen konnte. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, so viele wie möglich anzurufen. Und vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Mein nächstes Zuschauer-Anruf-Video werde ich wahrscheinlich bei meinen 5000 Abonnenten oder 5000 Follower auf Instagram machen. Das heißt, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. Mein Name auf Instagram ist Irene Asamoah Official. Und danke schön fürs Zuschauen. Danke an alle, die mitgemacht haben, beziehungsweise alle, die mir die Nummer geschickt haben. Freut mich mega, dass es so viele Nummern waren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sich so viele Leute freuen würden, wenn ich sie anrufe. Ehrlich jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Und danke schön für euren ganzen Support. Oh mein Gott. Kennt ihr das, wenn ihr zu viel gelacht oder gelächelt habt und ihr dann hier Muskelkater oder Krämpfe bekommt? Your girls having those problems right now. Deswegen danke, 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 danke. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Channel abonniert, dem Video einen Daumen hoch gebt und bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss! 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 Vielen Dank.